Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer Folge Rogue Company. Wer das Spiel nicht kennt, Link ist unten in der Infobox, gibt es kostenlos aufs Team runterzuladen und im Epic Store auch, beide Links werde ich euch unten reinstellen. Ich spiele heute eine Runde Team Deathmatch, 6 gegen 6 und ja, schauen wir mal, was wir so erreichen. Es gibt verschiedene Modi in dem Spiel, Team Deathmatch, Strikeout, das muss da, muss das ganze gegnerische Team getötet werden. Die haben eine Menge Tickets, die man verspielen kann nach dem Tod und dann gibt es glaube ich noch Bomben legen. Hier mit B kann man sich natürlich verschiedene Perks kaufen, Waffen verbessern und Granaten kaufen. Ich verbessere immer meine Mark IV, also meine M4, werde ich immer verbessern am Anfang. So, und mit jedem Kill kriegt man Kohle und mit der Kohle kann man sie dann halt nach dem Tod im Shop immer wieder Sachen kaufen. So, dann legen wir mal los und gucken, ob wir mal was wir können. Dann schauen wir mal, ob wir was reißen heute. Weil ich fühle mich heute nicht gerade besonders, ich bin ziemlich müde von der Arbeit. Ich bin halt gerade erst von der Arbeit heimgekommen. Da drüben steht schon einer. Okay, der hat der Snepper. Ich bin mal lieber Hitbomb. Okay, den habe ich natürlich nicht gut getroffen. Man kriegt natürlich als getöteter auch 500 Bonus, damit man nicht ganz ohne was rausgeht. Ich glaube, Fallschaden gibt es hier mit keinen, können wir noch nicht sehen. Ja, ich komme um die Ecke und natürlich. Yes. So, ich glaube heute wird das nichts werden. So, jetzt hauen wir aber ein bisschen an. Okay, jetzt kommen wir aufbessern. Oh, besser kann man auch genau hin. Ne, komm, trau dich nochmal. Komm, trau dich doch nochmal richtig. Ich hau das hier wohl nicht mehr. Ja, okay, jetzt. So, machen wir letzte auch nochmal aufbüllen. Jetzt haben wir die Wache auf. Ulti. Ne. Keine Chance, keine Chance. So, wir werden mal Magazinkapazität erhöhen. Ne. ambのは, ich werde nicht hierher. Ne. 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 Deine Chance, keine Chance. Ein показывiero. Ne. A-Nausier. Ne. Ein показывieren. Not. Ach. Ne. Ne. Weitert. Achtung! Jaja, haben wir schon weg. Wir haben das Anvisieren um 50% weniger. Also wenn man anvisiert ist man um 50% weniger langsamer. Ja, jetzt kommt doch mal hin, natürlich. So, was haben wir noch? Ja, LP werde ich den Gegner knocker, dann krieg ich 20 LP. So, dann schauen wir mal hier um die Ecke. Jetzt! Da kommen wir zu zweit. Ich geh die ganze Zeit alleine, ich weiß nicht warum die Leute nicht alleine gehen können. So, können wir schon was kaufen? Nee, gar nicht. Viereinhalb. Okay, das dauert noch ein bisschen. Let's see how they handle this. Nearing victory. Nearing victory. Boah, wie schnell schießt ihr da? Wir sind so schnell. Unglaublich. Da erwarten wir noch ein bisschen mit Kohle. Ich glaube, ich muss die Zensi beim Zielen ein bisschen weniger, ein bisschen mehr machen. Dass ich nicht ganz so langsam bin. Ja. Geil. Da haben wir mal wieder gewonnen. Da haben wir mal wieder gewonnen. Ich glaube, ich habe nicht so viel beigetragen, aber immerhin haben wir gewonnen. Das ist schon wichtig. So. Ja Leute, das war eine Runde World Company im Team Deathmatch Modus. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Und dann werden wir das nächste Mal vielleicht einen anderen Modus spielen. Vielleicht mal Strikeout. Da habe ich auch mal wieder Bock drauf. Ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns ganz sicher beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Ciao und Tschüss.